Dieses Video haben wir auf Englisch schon im Jahr 2020 veröffentlicht. Manche Zahlen sind nicht mehr brandaktuell. An der Problematik hat sich leider nicht viel geändert. Deshalb bleibt unsere Aussage die gleiche. Seit der industriellen Revolution hat der Mensch über 1,5 Billionen Tonnen Kohlenstoffdioxid bzw. CO2 in die Erdatmosphäre freigesetzt. Im Jahr 2019 waren es immer noch rund 37 Milliarden Tonnen, die wir ausgestoßen haben. Das waren 50 Prozent mehr als im Jahr 2000 und fast dreimal so viel wie vor 50 Jahren. Und es ist nicht nur das CO2. Wir setzen auch immer mehr andere Treibhausgase wie Methan und die Stickstoffmonoxid frei. Wenn man alle unsere Treibhausgase zusammennimmt, stoßen wir jedes Jahr 51 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente aus. Und die Emissionen steigen weiter. Dabei sollten sie auf Null sinken. In den letzten Jahren sind die Folgen immer gravierender und sichtbarer geworden. Fast jedes Jahr bricht irgendeinen schrecklichen Rekord. Wir hatten mehr Hitzewellen, die meisten schmelzenden Gletscher und die geringste jemals aufgezeichnete Menge an Eis am Nordpol. Von den letzten 22 Jahren waren 20 die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Es war schon immer warm. Es war schon immer warm auch und dann war es halt wieder kalt. Digga, wo Klimaerwärmung, draußen ist kalt. Wo? Wo ist denn Klimaerwärmung? Wo? Die einzige Möglichkeit, diesen rasanten Klimawandel zu begrenzen, besteht darin, unsere kollektiven Emissionen schnell zu senken. Doch obwohl sich alle Länder über dieses Ziel einig sind, sind sie sich nicht einig, wer verantwortlich ist oder wer die Hauptlast tragen soll. Die Industrieländer verweisen auf ihre eigenen Anstrengungen zur Verringerung der Emissionen und auf die Tatsache, dass die großen aufstrebenden Entwicklungs- bzw. Schwellenländer, insbesondere China, derzeit viel mehr CO2 ausstoßen. Auf der anderen Seite argumentieren die Entwicklungsländer, dass die Emissionen des Westens hauptsächlich dem Lebensstil dienen, während es bei den Entwicklungsländern um überlebensnotwendige Emissionen geht. Andere bezeichnen reiche Länder als Heuchler, die durch hemmungslose Umweltverschmutzung reich geworden seien und nun von anderen erwarten, sich nicht zu entwickeln und arm zu bleiben. Und nun? Wer ist also für den Klimawandel und die CO2 Emissionen verantwortlich? Und unabhängig von der Vergangenheit, wer müsste heute am meisten tun? In diesem Video werden wir ausschließlich über Nationalstaaten sprechen. Mit der Industrie für fossile Brennstoffe befassen wir uns in einem anderen Video. Frage 1 von 3. Welche Länder stoßen heute am meisten Kohlenstoffdioxid aus? Im Jahr 2017 hat... Und hier kommt es auf die Statistik an, pro Kopf oder insgesamt als Land. ... hat die Menschheit etwa 36 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen. Davon stammten mehr als 50 Prozent aus Asien. Nordamerika und Europa folgten mit 18 und 17 Prozent. Afrika, Südamerika und Ozeanien trugen zusammen nur 8 Prozent bei. China ist mit 10 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr bzw. 27 Prozent der globalen Emissionen der mit Abstand größte Emissionsverursacher der Welt. Es folgen die USA mit 15 Prozent und die Europäische Union mit rund 10 Prozent. Zusammen... Überleg mal, die Europäische Union folgt mit 10 Prozent. Damit ist aber ja zu Europa weit, Alter. ... sind das mehr als die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen. Es ist also klar, dass die Menschheit ohne das Handeln dieser drei Industrieblöcke nicht in der Lage sein wird, klimaneutral zu werden und einen dramatischen Klimawandel zu verhindern. Es folgen Indien mit 7 Prozent, Russland mit 5, Japan mit 3 und Iran, Saudi-Arabien, Südkorea und Kanada mit jeweils knapp 2 Prozent. Zusammen mit den Top 3 sind diese 10 für 75 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Aber wenn wir nur die aktuelle Situation betrachten, sehen wir nicht das große Ganze. Frage 2 von 3. Welche Länder haben bisher am meisten CO2 ausgestoßen. Und da müsste Europa jetzt eine Welt nach vorne wandern. Und dann die Industrialisierung hat ja den Prozess ab da sehr stark angeschoben. Wenn wir die Emissionen im Laufe der Geschichte bis heute betrachten, ändert sich das Bild drastisch. Die USA und die EU verdrängen China von der Spitze. Die USA sind für 25 Prozent der historischen Emissionen der Welt verantwortlich. Sie emittierten 400 Milliarden Tonnen, hauptsächlich im 20. Jahrhundert. An zweiter Stelle steht die EU mit 22 Prozent. China liegt mit knapp 13 Prozent an dritter Stelle. Das entspricht etwa der Hälfte des Anteils der USA. Indiens Beitrag schrumpft auf drei Prozent, ebenso wie der von ganz Afrika und Südamerika. Das Vereinigte Königreich ist für ein Prozent der jährlichen globalen Emissionen verantwortlich, trägt aber fünf Prozent der historischen Verantwortung. Deutschland produziert aktuell zwei Prozent aller Emissionen pro Jahr, hat aber historisch fast sechs Prozent beigetragen. So viel wie ganz Afrika und Südamerika zusammen. Ja, da waren jetzt wirklich kleine Weltkriege. Was soll man machen? Was soll man machen? Die Behauptung, dass die Entwicklungsländer für den raschen Klimawandel verantwortlich seien, ist also schwer zu verteidigen, wenn man Wert auf Fakten legt. Aber das ist immer noch nicht die ganze Geschichte. Denn wenn man sich auf Länder konzentriert, vermischt man zwei Dinge. Die Bevölkerungszahl und die Gesamtemissionen. Wenn ein Land mehr Einwohner hat, sind seine Emissionen natürlich höher. Ganz anders sieht es aus, wenn wir einzelne Personen betrachten, wie dich hier vor dem Bildschirm. Frage 3 von 3. Welche Länder stoßen am meisten CO2 pro Kopf aus? Bei der Frage möchte ich wissen, was wir uns schon mal erworben haben, nochmal abrufen. Und dabei ist jetzt die schöne Shell, die schöne Shell oder die BP war das ja, BP Propaganda-Offensive mit, wir münzen das schön runter auf die einzelnen Bürger, dass die schuld sind. Aber tatsächlich ist die Schuld ja trotzdem bei den Gigakonzernen zu suchen. Plus, ja, bei den Superreichen, die halt, wo halt ein Prozent der Bevölkerung mehr CO2 verursacht, als der ganze Rest der Bevölkerung. Das kommt noch dazu. Also es gibt natürlich davon losgelöste Gruppierungen. Oh, das Video, das letzte, was Anforgiven Ideenkiste postet hat. Das ist geil. Das könnten wir beim nächsten Mal gucken, oder? Vielleicht schon morgen? Morgen bisschen Geschichtscontent auf den Sonntag? Der durchschnittliche Mensch ist für etwa 5 Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich. Aber Durchschnittswerte können irreführend sein. Die Länder mit den höchsten CO2-Emissionen pro Person sind einige der größten Öl- und Gasproduzenten der Welt. Im Jahr 2017 hat Katar mit satten 49 Tonnen pro Person die höchsten Emissionen. Gefolgt von Trinidad und Tobago, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brunei, Bahrain und Saudi-Arabien. Aber das sind Ausreißer. Die Australier haben einen der höchsten CO2-Fußabdrücke pro Person. 17 Tonnen pro Jahr. Das ist mehr als das Dreifache des weltweiten Durchschnitts und etwas mehr als der Durchschnitt der US-Amerikaner und Kanadier mit 16 Tonnen. Die Deutschen schneiden mit knapp 10 Tonnen etwas besser ab, aber das ist immer noch das Doppelte des weltweiten Durchschnitts. China mag der größte Emittent der Welt sein, aber es ist auch das bevölkerungsreichste Land der Welt mit über 1,4 Milliarden Menschen, 18,5 Prozent der Weltbevölkerung. Pro Person liegt es mit sieben Tonnen über dem Durchschnitt. Historisch gesehen sind CO2-Emissionen eng mit einem hohen Lebensstandard verknüpft. Wohlstand ist einer der stärksten Indikatoren für unseren CO2-Fußabdruck. Denn je reicher wir werden, desto mehr haben wir Zugang zu Elektrizität, Heizung, Klimaanlagen, Beleuchtung, modernen Kochgeräten, Autos oder Flugzeugen, Smartphones, Computern und interagieren online mit Menschen in aller Welt. Der enorme Anstieg der CO2-Emissionen in China geht mit dem größten Rückgang der Armut in der Geschichte einher. Ordnet man die CO2-Emissionen nach Einkommen, so stellt man fest, dass die reichste Hälfte der Länder für 86 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich ist, die ärmere Hälfte dagegen nur für 14 Prozent. Der durchschnittliche Deutsche emittiert mehr als fünfmal so viel wie der durchschnittliche Inder. In nur 2,3 Tagen emittiert ein durchschnittlicher Einwohner von Amerika so viel wie jemand aus dem Niger in einem ganzen Jahr. Und nicht nur das. Die harte Realität ist, dass die Länder, die am wenigsten zu dem Problem beitragen, am meisten unter dem raschen Klimawandel leiden werden. Die Entwicklungsländer werden am stärksten betroffen sein. Die Folgen könnten Nahrungsmittelknappheit, Ressourcenkonflikte, stärkere und häufigere Naturkatastrophen und große Fluchtbewegungen sein. Frage 4 von 3. Wer sollte also die Verantwortung übernehmen? Viele der heute reichsten Länder befinden sich in einer komfortablen Lage. Sie sind über Jahrhunderte mithilfe fossiler Energieträger und industrieller Produktion reich geworden. Sie haben einen großen historischen Fußabdruck und ihr Wohlstand bedeutet, dass sie pro Person immer noch eine Menge emittieren. Aber die jährlichen Emissionen ihres Landes werden jetzt von anderen Ländern in den Schatten gestellt, weil der Riese China aufholt und andere Giganten wie Indien auf dem Weg sind. Viele Deutsche fragen sich zum Beispiel, wie Deutschland, das nur 2 Prozent der jährlichen Emissionen verursacht, einen bedeutenden Einfluss auf die Verringerung der Emissionen haben kann. Die Antwort ist einfach. Zum einen verfügen die reichsten Länder über die Ressourcen, hochqualifizierte Arbeitskräfte und die Technologie, um kostengünstige CO2-arme Lösungen zu entwickeln. Hm, wär ja schön, wenn wir so viele Windräder und Solarplatten bauen. Ach, tun wir ja gar nicht. Und sie in der ganzen Welt zu verbreiten. Wenn wir nicht wollen, dass ärmere Länder genauso abhängig von fossilen Energieträgern werden wie wir, müssen CO2-arme Technologien günstig und verfügbar sein. Auf dem Weg dahin sind wir. Die Kosten für erneuerbare Energien sinken rapide und eine Vielzahl von Lösungen für viele verschiedene Bereiche ist in Sicht. Aber es muss noch viel schneller etwas passieren. Wenn die reichen westlichen Länder beschließen, ernsthaft gegen den raschen Klimawandel vorzugehen, wird der Rest der Welt folgen, weil er keine andere Wahl hat. Wie damals, als die EU Energieeffizienzstandards für Technologie durchgesetzt hat. Der Rest der Welt hat diese Standards auch übernommen, um weiterhin Handel treiben zu können. Das entbindet die anderen jedoch nicht von ihrer Verantwortung. China ist heute der größte CO2-Verursacher. Und es liegt in Chinas Verantwortung, sich so zu entwickeln, dass der Übergang zu einer klimaneutralen Welt rechtzeitig möglich ist. Das andere früher unverantwortlich gehandelt hat. So schön, dieses Video ist so schön gemacht und der Inhalt ist so gut und wir wissen, dass das alles schon nicht mehr passieren wird, weil die Entwicklungen der letzten zwei Jahre gezeigt haben, dass da einfach drauf geschissen wird. Ist eine furchtbare Entschuldigung dafür, heute dieselben Fehler zu wiederholen. Der Klimawandel ist ein globales Problem und kein Land kann es allein lösen. Die Frage, wer dafür verantwortlich ist, ist nicht so einfach zu beantworten, wie es scheint. Und in gewisser Weise ist es eine unsinnige Frage, aber eine, die die internationale Politik seit Jahrzehnten plagt. Letztendlich ist es ziemlich einfach. Jeder muss sein Bestes tun. Und momentan tut das niemand. Aber wir können heute damit beginnen. Und mit heute meinen wir wirklich jetzt. In den nächsten zehn Minuten. Der Klimawandel liegt uns sehr am Herzen und wir haben das Thema in früheren Videos ausführlich behandelt. Die Menschheit muss dieses Problem auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen angehen. Von Regierungen und Wirtschaftssystemen bis hin zu jedem Einzelnen. Und es gibt eine Möglichkeit, wie du jetzt aktiv werden kannst. Indem du mit unseren Freunden von REN zusammenarbeitest, um deine CO2-Emissionen auszugleichen. Ja, das kommt nicht mehr gut. Ich meine, das Video ist von 2018 oder so, haben sie gerade gesagt, oder 2020. Das kommt nicht mehr so gut, seitdem man aufgedeckt hat, dass das einfach nur eine Verschleierungstaktik ist, den CO2-Pro-Kopf-Verbrauch auf den Bürger umzumünzen. Obwohl die Schuld, die du als Einzelbürger trägst, zu vernachlässigen ist zum Verhältnis, wie viel Schuld die Industrieunternehmen dazu beitragen.